Leben in Frankreich Eine Kamerafrau wird zur Einbrecherin Ich muss einen Raubüberfall machen, muss das gefilmt haben, das war gut gefilmt und das sofort Eine Putzfrau liebt einen Börsenhai Das war's dann mal Wenn ich etwas sagen dürfte, das war offensichtlich, dass die nichts für sie ist Und eine Familie im Kriegszustand Also weißt du, du hast großes Glück einen so aufmerksamen Ehemann zu haben Dazu braucht man nur Geld, das ist alles Der ganz normale Wahnsinn KinoweltTV präsentiert Das Cedric Clappé-Schwurm Das will ich sehen Am 28. und 29. März Ah, das hab ich gewusst Bei KinoweltTV